Am 23. März 2022 wurde die Oppositionspolitikerin Amina Mohamed Abdi in ihrer Heimat Somalia ermordet. Zu diesem Attentat bekannte sich die somalische Terrorgruppe Ashabab. Wie die britische Tageszeitung The Guardian berichtet, rannte der Attentäter einem Zeugenbericht zufolge der Politikerin entgegen und umarmte sie. Amina Mohamed Abdi befand sich gerade im Wahlkampf. Sie war als Regierungskritikerin bekannt. Die Beschäftigung mit diesem Attentat hat mich dazu bewegt, ein Essay von Ahmed Zaki Yamani zu veröffentlichen, das sich vor einigen Jahren noch zu Lebzeiten des ehemaligen saudischen Ölministers ins Deutsch übersetzt hatte. Ahmed Zaki Yamani ist vielen Lesern mit Sicherheit bekannt, weil er 1975 zu den Geiseln der OPEC-Geiselnahme gehörte. Wenige kennen aber sein Essay zum Thema der Frauenrechte im Islam, indem er sich mit der politischen Kompetenz der Frauen in der Scharia befasst. Ich finde diesen Beitrag wegweisend, weil er nicht nur über die Rechte, sondern vor allem über die weiblichen Kompetenzen und Pflichten im Rahmen der islamischen Politik spricht. Denn Frauenrechte bedeuten vor allem Frauenpflichten und somit auch die Aneignung von Kompetenzen durch Frauen, um ihre Stimme in der muslimischen Politik und Gesellschaft hörbar zu machen. Yamani spornt in diesem Essay die muslimischen Gesellschaften dazu an, Frauen in die islamische Politik einzubeziehen und weibliche Kompetenzen zu fördern, um den Fortschritt und die Entwicklung der islamischen Gesellschaft das Ganze zu ermöglichen. Die Frau in die Politik zu involvieren ist für den saudischen Politiker und Juristen nicht nur eine Möglichkeit oder eine Option, sondern eine dringende Notwendigkeit für die muslimische Umar, die sich in einer tiefen politischen und sozialen Krise befindet. Yamani schließt sich vielen Thesen der muslimischen Feministinnen an, wenn er schreibt, wie die muslimischen engstirnigen Gesellschaften heute den Frauen die politischen Kompetenzen verwehren und die politische Arbeit verbieten, während die Frau im Islam hingegen geradezu dazu verpflichtet ist, soziopolitisch zu handeln und sich in diesem Bereich auch Kompetenzen anzueignen, um sich für die soziale Gerechtigkeit und den Fortschritt in ihrer Gemeinschaft und in ihrem soziopolitischen Umfeld aktiv und dynamisch einzusetzen. Ich danke Ihnen! Ich danke Ihnen!